willkommen zu weiteren pokémon go video und zwar eine information zu den mysteriösen pokémon meltdown was vielleicht später oder bald als spezialfeldforschung spezialforschung erscheinen wird und zwar kann sich weiterentwicklung der namen ist nicht bekannt ok das mysteriöse pokémon meltdown kann sich entwickeln professor willow und kantos professor ich habe eine neue entdeckung über das mysteriöse pokémon meltdown gemacht ihre forschung haben ergeben dass sich dieses pokémon entwickeln kann von allen bisher entdeckten mysteriösen pokémon ist scheinbar das erste das sich entwickelt in alten texten wird dieses diese entwicklung melmetal genannt doch der name ist doch bekannt sorry leute melmetal okay auf jeden fall merken auf jeden fall ok sieht euch professor willows und professor eis neue forschungsergebnisse melthans verschaffenheit an ok sehr sehr interessant da kann man das vielleicht entwickeln richtig richtig geil auf jeden fall da kann man ein mysteriöses pokémon entwickeln haben auch noch nicht gehabt also interessant interessant und ja ich glaube es war mit diesem kleinen pokémon go video noch eine kurze information zu den mysteriösen pokémon weltern und bis nächstes mal tschau